Meine Damen und Herren, erstmal einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier im Festspielort Möwisch am See, 19. Neusiedler See Radmarathon. Es ist mehr oder weniger der Auftakt in die Radmarathon-Saison. Es gab natürlich schon den einen oder anderen, aber der Neusiedler See Marathon ist natürlich der Frühjahrsklassiker schlechig. Erzählt wie schon in den letzten Jahren zum Austria 4 Cup. Da kommen natürlich dann noch die Events in Bad Kleinkirchheim am 30. Mai. Dann der in Lienz, die Dolomitian Radbockfahrt am 13. Juni und das große Finale Ende Juni in Mondsee. Also der 15. Radmarathon in Mondsee bildet das große Finale des Austria 4 Cup. Und dann hinterher gehen die